Vorweg ein Zeitenvergleich Wer immer die Menschheit lehrt, übt Macht über sie aus. Unsere Kinder stehen unter zunehmendem Machtanfluss von Erziehungsdirektionen, Lehrerschaften und neuerdings auch sogenannten Sexualpädagogen von außen. Welchen Quellen genau sind sie eigentlich entsprungen? Wer da sucht, der wird finden. Durch die überzeugenden Worte und Werke Jesu kam es zu einer neuen Zeitrechnung. Wissen heutige Lehrer noch, was sie tun, wenn sie, seinen massiven Warnungen zum Trotz, nun alle Kinder schon im frühesten Alter sexuell aufklären und sexuell stimulieren, kurz frühsexualisieren wollen? Sind die aufkommenden Sexualfachkundigen kompetenter als Jesus von Nazareth? Laufen wir wirklich keine Gefahr unter ihrer Führung? Wurden Sie, werter Zuschauer, überhaupt schon über die weltweiten Bemühungen, die Kinder bis ins früheste Alter zu sexualisieren, in Kenntnis gesetzt? Wieder einmal mehr soll nämlich ein letztes Tabu gebrochen werden. Der sexuelle Kontakt mit Kindern, also mit Minderjährigen, soll gesetzlich legalisiert und gefördert werden. Uns stockt der Atem in der Brust, wenn wir die jüngsten Leitsätze hoch angesehener Sexualpädagogen vernehmen. Führende Pädagogen, wie Helmut Kentler, lehren, dass der gehabte Kinderschutz in Wirklichkeit Kinderfeindlichkeit sei. Er stellt die unglaubliche Behauptung auf, Sex mit Kindern ist kein Missbrauch, sondern ein Kinderrecht. Das Recht des Kindes auf sexuelle Bedürfnisbefriedigung. Wahrer Kinderschutz sei daher der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Hier wird zweifelsfrei Kindsmissbrauch als Erziehung getarnt. Erwachsene sollen mit Kindern über Pornos reden, findet die deutsche Erziehungswissenschaftlerin Carla Etchenberg. Sie fordert sogar, wie die Schweizer Jungsozialisten, Pornos in den Unterricht der Kinder einzubeziehen. Solchen Forderungen gelte es, findet die Antigenozidbewegung knallhart und kompromisslos, jetzt und heute noch geltendes Recht entgegenzuhalten. Pornografie Strafgesetzbuch Artikel 197 1. Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Gefängnis oder mit Buße bestraft. 2. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Buße bestraft. Im Übrigen sollen Kinder auch vor anderen pornografischen Produkten geschützt und jedermann davor bewahrt werden, gegen seinen Willen Darstellungen sexuellen Inhalts wahrzunehmen. Vergleiche auch Artikel 358 und Verordnung über Fernmeldedienste vom 25. März 1992, Artikel 18a Absatz 1. Dieses Prinzip, so fordert auch die Kinderrechtsbewegung AGB, muss allem zuvor konsequent auf Handybetreiber angewandt werden, weil heute buchstäblich jedes Kind ein Handy in der Tasche hat. Aus dem Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule vom Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz geht dessen deutliche Zielsetzung mit unseren Kindern hervor. Das Kind ist ein sexuelles Wesen. Grundlage der Sexualpädagogik ist die Definition des Menschen als ein auf Erziehung angewiesenes Sexualwesen oder mit anderen Worten, das Bejahen der Kinder und Jugendlichen als sexuelle Wesen. Schon diese erste grundsätzlich sinnvertrehte Schlussfolgerung öffnet doch der Pädophilie Tür und Tor. Denn mit anderen Worten heißt das, solange es dem Kind gefällt, ist alles legitim. Dazu ein Beispiel aus dem Grundlagenpapier und der Homepage des Kompetenzzentrums. Alter 4 bis 5 Jahre. Die Kindergartenstufe wird wie folgt dargestellt. Aktuell sind Doktorspiele, lustvolle Selbsterkennung, Selbststimulation, das meint orgasmusähnliche Reaktionen, Rollenspiele, also Familie auch mit zwei Vätern oder zwei Müttern, sowie Küssen, Geschlechtsverkehr, erotisches Interesse an den Eltern, Zeigelust und genitale Spiele, Erleben ersterinnigster Freundschaften und Liebesbeziehungen. Daraus ergeben sich folgende Schwerpunkte im Unterricht. a. Körperteile inklusive Geschlechtsorgane benennen, b. Körperspielerisch wahrnehmen, also inklusive sexueller Erregung, c. Freundschaftliche Beziehungen, Grenzen setzen, die eigene Intimsphäre respektieren und auch die der anderen, d. Zeugung, wie der Geschlechtsakt vollzogen wird, dass daraus ein Kind entsteht. Und das mit 4- bis 5-jährigen Kindern. Alter 6- bis 12 Jahre, Aktivitäten mit Gleichaltrigen, Abwertung bzw. Ablehnung des anderen Geschlechts, Geschlechtsrollentypische Verhaltensweisen, ggf. stark überzeichnet, provokatives bzw. aggressives Auftreten gegenüber dem anderen Geschlecht, Tabuverletzungen, ggf. Interesse und erotische Anziehung zum gleichen Geschlecht, ab wann ist man reif zum Ficken, daraus ergeben sich folgende Lehrinhalte. Sexualität und Sprache, Schimpfwörter, ein Interview mit in Schulen amtierenden externen Sexualpädagogen ergab, dass man jedem Kind, gleich welchen Alters, genaue Auskunft gibt, was z.B. Arschficken, Abspritzen und noch deutlich Schlimmeres ist, wenn es solche Begriffe nur schon gehört und nicht verstanden hat. Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Verschiedene Freundschafts-, Beziehungs- und Lebensformen, hier werden also den Kindern all die neu definierten Abartigkeiten als normal eingetrichtert. Und was viel konsequenzenreicher ist, alles bisher Normale wird als abnormal und gesetzwidrig deklariert. Geschlechterrollen, Rollenentwürfe, also z.B. die berufstätige Mutter, der Vater am Herd, sexuelle Orientierung, Hier soll letztlich alles erlaubt sein, solange es Spaß macht. Die erste Menstruation, der erste Samenerguss, HIV, AIDS, sexuell übertragbare Infektion, sexuelle Belästigung, Gewalt, Selbstbefriedigung, insbesondere bei Buben, aber auch bei Mädchen. Und das als völlig normal und sogar wichtig. Alter 12-16 Jahre, soziale Veränderung, Hier ist die Autonomieentwicklung und Ablösung vom Elternhaus gemeint, zunehmendes Interesse an Detailwissen zu sexuellen Praktiken, gegebenenfalls bewusste Kontakte mit Pornografie, wie viele Stellungen gibt es beim Sex und welche ist die beste, macht Spermaschlucken dick? Hier beenden wir aus moralischen Gründen die Aufzählung. Die Lehrinhalte sind jedenfalls so sehr gezielt, all dem heillosen Geschwätz der Kinder und Jugendlichen entsprechend ausgelegt, dass zuletzt wirklich jede Schweinerei in jedermanns Kopf ist. Dazu ein Beispiel aus dem Grundlagenpapier und der Homepage des Kompetenzzentrums. Entwicklungsschritt Selbststimulation Das heißt, Orgasmus ähnliche Reaktionen hervorrufen. Verhalten Entdecken von Körperregionen als Quelle neuer Lustgefühle, bewusstes, wiederholtes Manipulieren von Körperstellen, auch der Genitalien. Spielerisches Erkunden von Geschlechterrollen durch Rollenspiele, zum Beispiel Vater-Mutter-Spiele, Familie mit zwei Müttern, zwei Vätern, einem Elternteil, verliebt sein, Geschlechtsverkehr oder durch Doktorspiele. Auch das Erforschen des anderen Körpers, Befriedigung der natürlichen Neugier. Gleichzeitig arbeiten die pädophilen nahen Jungsozialisten an einem Positionspapier, in dem sie laut Tanja Wallisa einen neuen Umgang mit dem Thema Pornografie fordern. Dazu gehört auch, dass bereits 10- bis 12-Jährige im Sexualunterricht Pornos schauen sollen. Zwar löste diese Forderung bei den Schulbehörden zunächst einmal Empörung aus, doch bleibt abzuwarten, wie lange diese Empörung bleibendem Juso-Druck standhält. Untertitelung des ZDF, 2020